Ja, das iPad 4 ist auch zurück übrigens. Ich schreibe das mal hier. iPad 4 is back. Warum? Fragt man sich. Da macht Apple einen sehr sinnvollen technologisch, aus technologischer Perspektive Schritt. Schießt das iPad 2 ab, das ja echt drei Jahre schon alt war und ersetzt es zum gleichen Preis durch das bekannte iPad 4 Modell, das ja im Herbst dem iPad Air weichen musste. Also 380 Euro koste es oder ab 380 Euro. Und dann gibt es noch eine, es gibt glaube ich keine Speicherausbaustufen, sondern ein LTE Upgrade Dingens für die bekannten 100 Euro. Ja, ein bisschen mehr, glaube ich, LTE kostet immer 120. Oder 120. Oder 130, ja. Dann kostet es dann 500. Jedenfalls ist damit dann alles auf Lightning-Anschluss umgestellt. Und da kann man ja nicht so sehr meckern, weil das iPad 4 ja durchaus noch solide ist. Ja, also das macht ja durchaus Dampf, dass das hat nicht die Mängel vom iPad 3 so ein bisschen, ist nicht so und so weiter. Also das ist ja eigentlich in Ordnung, immer noch in Ordnung. Ja, klar, in Ordnung ist es auf jeden Fall. Man kann sich nur fragen, warum das bis jetzt gedauert hat und nicht im letzten Herbst passiert ist. Ja, also warum war das iPad 2 an dieser absurden Stelle für ein halbes Jahr statt das iPad, das iPad 4 seit letztem Herbst da ist. Das musste wirklich weg. Ja, nur da hat man sich ja auch wieder gefragt, wer um alles in der Welt kauft es. Ja, und damals war die Argumentation da irgendwelche Schulen, Education-Einrichtungen und so. Ja, die armen Education, die müssen ja irgendwelche Quatsch-Hardware von vor zehn Jahren kaufen. Ja, aber es ist halt tatsächlich leider einfach so. Naja. Und deswegen kann man das halbe Jahr auch durchaus kritisieren, dass es gebraucht hat jetzt, weil ein halbes Jahr schon irgendwie die Low-Res-Geräte irgendwie noch in die Stühle gewandert. Ein halbes Jahr in Education ist ja dann auch wieder nichts. Ja, also das ist ja jetzt nur nicht so, dass die, die kaufen ja jetzt irgendwie 20 Klassen voll mit iPad 2 und die werden dann auch x Jahre benutzt, würde ich mal sagen. Die werden jetzt eher ein Problem haben, die werden Anfang des Schuljahres den Antrag für iPad 2 eingereicht haben und jetzt kriegen sie in zwei Monaten das okay und dann sagen sie, jetzt kriegen wir aber keine iPad 2 mehr. Was machen wir denn jetzt? Weißt du, was kriegen wir? Wir kriegen das iPad Mini ohne Retina-Display. Ja, genau. Demnächst. Das ist nämlich auch noch so ein Wackelkandidat, der sich ja nur über den Preis dann rechtfertigt im Moment. Ja, TMA5-Chip. Wo auf der anderen Seite ist es ja auch immer noch ein sehr benutzbares Gerät. Meine Frau hat das Mini und die vermisst da auch nichts. Ja, also das Air kostet, äh das Air sag ich schon, das iPad 4 kostet jetzt genauso viel wie das Mini-Retina, ne? Nee, das kostet 100er mehr. Nee. Achso, das Air, das Air kostet. Ich hab schon nicht wieder alles durchhunder geworfen. Das Air kostet mehr, genau, aber du kannst dir jetzt sozusagen aussuchen, ob du dein Retina-großes iPad oder kleines iPad für die 380 Euro nimmst. Und die Händler schmeißen inzwischen auch das Mini ohne Retina relativ günstig raus. Also vielleicht ist das auch so auf dem Weg nach draußen. Wir haben ja auch im iOS 7.1 zwei neue Modellnummern gesehen, oder? Das könnten die beiden in neu sein, oder? Ja, ich weiß nicht, das war ja irgendwie iPad, das könnte auch wieder irgendein iPad für China-Modell gewesen sein, was irgendwo rausgefallen ist und keiner es gemerkt hat. Ich weiß nicht, was mit den zwei Modellnummern was auf sich hatte. Vielleicht wird es sich noch irgendwann zeigen, aber das wird nichts allzu spektakuläres gewesen sein. Die größere Frage ist ja, ich meine, wird auf diesem Nicht-Retina-iPad-Mini noch iOS 8 laufen? Und da würde ich mal ein großes Fragezeichen hintersetzen. Also gerade jetzt auch das verschwundene iPad 2, also ich würde mir da für iOS 8 nicht allzu viel Hoffnung machen, dass das noch unterstützt wird. Es könnte sein, dass Apple da jetzt mal wieder aussortiert. Irgendwo muss der Schnitt ja passieren jetzt. Und das, also sozusagen iPad 3 aufwärts und auch das alte, das kleine iPad Mini rausknallt. Mal sehen. Es wäre halt, wie lange gibt es jetzt das iPad Mini ohne Retina 2? Es ist jetzt das zweite Jahr. Also das wäre dann nur, nee, es wäre dann nur anderthalb Jahre, das wäre sehr wenig. Es ist ja erst seit, es ist ja ein Jahr auf dem Markt, dann kam das Retina-Modell und jetzt, wenn im, gut im Sommer nicht, aber im Sommer Beta und dann im Herbst, dann wäre es zwei Jahre auf dem Markt. Wenn da iOS 8 nicht mehr drauf läuft, das wäre wahrscheinlich schon, das wäre dann wieder so iPad 1-Style. Über das iPad 2 wurde sich halt gewundert, da wurde es ja schon gewundert, dass es iOS 7 bekam. Und das war zu dem Zeitpunkt zweieinhalb Jahre alt. Aber ja, also ich fand, ich fand iOS 7 auf dem alten Mini, auf dem ersten, auf der ersten Mini-Generation schon grenzwertig. Also ja, je nachdem, was man macht. Ich habe es mir nicht mit 7.1 angeschaut. Hat sich da vielleicht eventuell irgendwas verbessert? Hat sich auch noch nicht in irgendeiner Form überprüft? Nee, ich habe es, ich habe das nicht mehr hier, das, aber das sollte man mal testen. Also weil durchaus, ich meine, iOS 7.1 hat ja wohl so ein bisschen was gebracht und das könnte durchaus da auch helfen. So.